Die Malzmühle und ihre Räumlichkeiten bieten den idealen Rahmen für die Umsetzung ihrer Veranstaltung. In unserem Brauhaus nebenan hat sogar schon Bill Clinton ein Kölsch getrunken. Los geht's! Unser Anno 1858 ist ein echter Allrounder. Ob Hochzeit, Weihnachtsfeier oder Firmenveranstaltungen, hier können Sie bis zu 150 Gäste begrüßen. Unser Küchenteam umsorgt Sie und Ihre Gäste mit verschiedensten Köstlichkeiten. Von kleinen Tapas bis hin zu einem individuellen Buffet. Hier ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Sie können Ihr Event aus verschiedensten kulinarischen Empfehlungen, Dekorationsmöglichkeiten sowie Entertainment-Paketen selbst zusammenstellen. Sie entscheiden, wir machen den Rest für Sie. Unsere Sonnenterrasse bietet Platz für einen entspannten Aperitivempfang und ist der perfekte Ort für ein Live-BBQ während Ihrer Veranstaltung. Die Milen-Bar ist die perfekte Location für einen entspannten Abend mit leckeren Getränken. Hier können Sie einzigartige Kölsch-Cocktails probieren, die Sie so nur bei uns finden. Außerdem bieten wir zu den verschiedenen Jahreszeiten besondere Cocktail-Specials an, die Sie so bisher bestimmt noch nie probiert haben. Sie sind auf ein Event eingeladen, möchten selber ein Event veranstalten oder für einen kurzen Städtetrip nach Köln kommen. Wie wäre es denn dann mit einem Hotelzimmer mit Domblick? Unser Hotel befindet sich direkt in der Kölner Altstadt und bietet somit eine ideale Anwendung in alle Richtungen. Unser Bett in Holzfassoptik ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch noch wirklich gemütlich. Eine Besonderheit unserer Baumeister-Suite ist der integrierte Zapfhahn- und Badezimmer. Übernachtung und Event unter einem Dach, check! Wir haben Ihr Interesse geweckt, rufen Sie uns gerne an und überzeugen Sie sich selbst vor Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017